So, jetzt fangen wir natürlich wieder mit Sound an, ja, ich habe ja alles erledigt. Ich sage ja, ich hätte theoretisch, huch, was ist denn los? Okay, jetzt geht es weiter, okay. Theoretisch hätte ich ja jetzt schon Wochenende, ja. So, hier ist das andere. So, ja, habe ich schon Kontoauszüge geholt, da ist die Summe, ja, 980, wunderbar. Hier, äh, oh, halt, jetzt fällt das Bildschirm wieder an, wieso denn? Ja, mach mal weiter, so ist fein, so ist artig, so, ja. Sehr schön, habe ich auch alles geholt schon? Ja, Kontoauszüge braucht man ja, ja. Ja, schließlich Geld haben, ja, und wer Geld haben will, muss alles dabei sein. Ja, bin sehr erfreut über den neuen Einzelverhältnissen, der passt, der passt, ja. Von dem kann ich Respekt haben, das ist gut, das wird helfen, ja. Ähm, ja, jetzt werde ich gleich kochen. Ähm, hallo, wo bin ich, äh, jetzt werde ich gleich kochen, ähm, ich mache mir schön Rosenkohl, Bollasch und Mühlen. Ich werde mir ja noch zeigen, ja, ich habe jetzt richtig Kohle auf, ja. Ich habe Alkohol da. Äh, jetzt, dass ich alleine kochen muss, kotzt mich an, das Bild hält hier schon wieder an, ich lese nicht warum. Hallo, hallo, hey, äh, ich gehe mal wieder auf, äh, wenn wir ja sehen, okay, also, ich warte erstmal, schönen Tag noch an alle da, ja, ich habe noch auf alle Fälle. Sehr geil, okay, ciao.